Musik 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 Ich herzlich willkommen zu einer Folge Trom an Terrashtown Zusammen mit Tarkan, Levi, Christian, Gemma Killer und James Wir haben gestern uns überlegt Weil, wenn man So, ich habe wieder entmuted weil ich hatte gerade die Ansage gemacht Und Lidia hat mir jetzt zu wenig geredet, aaaaaaaaaa Du bist so ein Arsch, doch man Nichts alle seine Fans Die abonniert den erst uncool Genau, die abonniert den Shadow Let's Burn Oder Let's Play, nenn in Shadow Let's Burn Nein, die abonniert Shadow Let's Play Shadow Let's Play Shadow Let's Play Abonniert beide Ich geh mir gerade auf Ich geh auch Ich geh mal auf Ich geh mal auf Oh, ich bin ein Dieter Oh Ähm Shadow, ich und der Levi wollten muss fragen Also, ich glaub der Levi weiß gar nicht mehr Okay, was möchte ich dir fragen? Ähm, weil ich, Shadow, äh ich, der Gengiz und der Levi gestern nur ein wenig gespät Und haben auch Ich bin gleich wieder da Ähm, haben uns überlegt Weil wenn wir mal nicht aufnehmen und nur so spielen, dass man auch wenn wir tot sind schon reden darf Und das war doch wie das in der Abstimmung rum Warum? Ja, wenn wir unter Freunden sind, wenn man das so Ja, wenn wir nur, wenn man aufnimmt, moin, moin, moin Ne, also wenn wir zu sechs spielen Also ich nehm zwei Mal auf, wenn wir zu sechs spielen Aber wenn wir zu sechs spielen, und wir nehmen nicht auf, wenn ich trotzdem mal Ich will nicht mehr reden, das ist ja langweilig Okay, ich schätze mal, es ist Cengiz oder Levi oder Tarka Ne, Tarka kann nicht sein, ähm Ne, Christian war auf jeden Fall nicht So, das heißt Cengiz oder Levi, warum bist du wo und wird? Wir sind nicht Weil du später bist Weil du später bist Ich bin nicht 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 Ja, ich bin nicht Ja, dann kann's ich tag agatöten, aber ich bin Christian Gifio, also Keiner von der Streiselt prozent Proof, keiner hat drauf geschaffen Niko, wo? Niko? Niko's tot Niko's tot Niko's tot er gebetet er hat er da er ist da ganz aufgrund er hat er sagt er ist nicht erzielt um zu drohen ich habe ein Radar ja und zwar du hier eine Realisation schätzt das Tag an und bei der Position verändert sich ja als Realisation bei Christian alleine so wichtig aber nicht wo er ist es nicht ist Christian da er du bist das Junge ja eigentlich geht euch gegenseitig einer von Spanien ist das eine Todgut wie ist es ja okay ist ja wahrscheinlich fuck oh ja ja ich hätte sogar noch eine Health Station ich hätte sogar noch eine Health Station ich hab 7.50 Head Station der Leber hat immer eingetötet lebt äh äh doch mal alte Zähne GF der Angelegenheit der Bündnis der Hand Hedding 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 Zahn 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 Okay Herr Herr Wachstum ich auch in der Runde Schild nachdem wir gesagt hast Ja, aber ich war eine Wunder, aber auch den, der Jimt sie getötet hat, war unser Wicker. Ach so, nee, aber... ...wird auch gestorben, also. Ne dumme Frage, ich meine ganz... Jero, dank dir, weis ich jetzt, wo ne Diegel ist. Bitte schön. Ne ganz, ganz dumme Frage, ne ganz dumme Frage, ne ganz dumme Frage, wieso hab ich Karma verloren und macht weniger Schaden, obwohl ich Traitor war und getötet habe? Keine Ahnung. der Vorhinein das schiebt sie doch jeder macht man ja es hätte stehen wir wollen einen Ort normaler nur ein Schwerter über der Tag und eine Sekunde oder wo es sich um auch aber ich glaube ich denke es ist es weiter so ach so deswegen habe ich dann und nicht immer später Kollege es war so er mit dem Bildungsgabe das Ticket ist nicht ich habe es war es ist aber wir sind doch ich habe mich an der Levy auch Oh, ich bin so... Oh, ich bin so... Ich hab mich was selbst gekriegt. Kann ich irgendwas schließen? Wahrscheinlich schon. Halli, Lally. Komm mal, nehm ich die Punkte von meiner Mobilität oder so. So... Mauden kann ich vielleicht ohne Fehler Gary's Mod spielen. Was ist denn der Fehler? Also, wie kannst du das fixen? Das war mein Vater irgendwie mit der Auflösung und so. Mit der Grafikkarte und so. Baby, wieso? Du bist vorhin in den Bremskanern reingelaufen, ne? Ja, nein, ich hab mich selbst explodiert. Irgendwas ist ein FDAL. Hallo, Christian, hallo, hallo. Ich find dir das zu verwirren, weil es zwei L gibt. Ja, Levi und... Oh Gott, seid ihr so minderbemittet, dass ihr diese zwei L-Leute nicht ausmachen. Einer hat einen Namen und ich... Hat ein Wort im Namen und ich hab drei. Ja, aber wenn man nur... Ich bin so bescheuert! Ja, ich bin da scheißig. Alter, bist du... Äh, bist du Baume. Wieso hast du Schaden? Äh, Brandgranate. Na, du bist Krieger-Happy. Ja, weil du vorhin den Tag angeteilt hast und deswegen... Aber wieso hab ich Karma verloren? Niko, 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 Niko. Okay, ich glaube, Niko ist es. Ja, hm. Habe ich so leicht im Gefühl. Was ist das Gefühl? Ich wüsste jetzt nicht warum, aber irgendwer schießt hier. Ja, okay. Ich glaube, Levi ist tot. Ja, Levi ist tot. Was, warte, was? Ich will Kisten, stopp. Levi ist nicht tot. Das ist Christian tot. Das verletzt mich. Ja! WTF? Aber Taka ist, glaube ich, tot. Weil er hat darüber gelacht, dass mein Kisten in den Abfluss gefallen ist. Noll. Fick dich! Wo warst du? Bin hin... Bin durch das Tor hinten geklappt. Warte, 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 geh mal was? Ja. Oh, Levi? Da kommt Levi. Ach Gott! Boah, scheiße, ist alles zusammengebstürzt! Mein Imperium! Mein Kisten... Wo bist du da? Taka? Ja! Ich hab... Ich hab irgendwie gedacht, wenn ich jetzt scheiße werde. Scheiße! So, ich hab jetzt fünf Sekunden, um mein Zeltze zu machen. Ich muss halt mein... Ey, wo ist... Wo ist halt fünf Sekunden Zeit? Das Fenster zuzumal. Alter, Cengiz, dein Karma. Ah ja, ich verstehe. Und ich weiß immer noch nicht, wieso ich als Traitor Karma verloren hab vor... Du hast doch vor der Runde, also bevor wir sechs waren... Ach, Taka! Ja! Ach ja, genau, stimmt ja. Oh fuck! Taka, dann bin ich... So. Das hat aber so viel Spaß gemacht. Ich hab' noch mein Fenster kaputt gemacht, weil ich... Ich hab' den Türgriff nach unten getan, während das Fenster zu war, es war immer noch offen. Ich hab' fast kaputt gemacht. Taka! 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 Das zu viel Taka! Taka! VerweMenter Snack! Taka! Das ist eigentlich eine toss du Thaca! weil damit es fest steht fest dass er tut es hallo also er hat sich denn das auch erst bisher wirklich naja was für euch haben auch weil das wollte ich damit wissen oh mein Gott ich brauche es verbrannt als jetzt vorhergestellt ist verbrannt ich will mit Kugeln hier ich konnte jeden Tag vor Ort ein bisschen später den Bauern wo auch was ich festgestellt die Std dort alle kürzen kaputt die wird das wichtigste ich noch mehr Kisten verschießen neun so genau wie immer mit dem Melon ich will denn es wurde eine Strecke die weiß nicht ob das ging es so der Welt er kann zwar nur fassen angeballert haben aber auch nur zu tun als über Todwehr das stimmt und hat man nur lügen können dass er an den Missing in Action war das ist definitiv möglich und deswegen die Jürgen zu 100 Prozent davon aussehen erzeugt diesen würde ich sagen wenn er in der Füße und bei den Sonnestralen natürlich als wenn wir den Szenen ist auf jeden Fall der Sitzungsfässer in der Sonnermalde ich dachte auch immer wieder am Ende er hat abtippt er schädigt er wusste ich werde überhaupt nicht um Prozent auch BW er hat mich das war gar nicht da hat jetzt gerade viel geschützt aber auch er ist er auch nicht eine der fünf Haftner Kanalisation Hedwig zum Hälsitz Astrid die Nachhaltigkeit wenn er es schätzt und er ist vielleicht noch Christian lebt doch du bist du nicht es ist das dann er ist dann ein Traitor weil er so getan hat als Ober- und Tod wert dass wir uns alle gegenseitig töten das ist ja der Ode Genghis hat das gleiche gemacht das sind zwei Kisten oder er sei bescheuert alle sind fast eine ist eine Kiste in der Karte Tarkar und Levi sind dabei tot von da da muss man am dritten Gegenstand finden auch ja er ist er will ich nicht ich kann nicht davon ausgehen dass dort kaum an der Leiter sind natürlich schon Prozent die ist es tut er noch nicht ist das kann man nicht klar wir müssen einfach die Zeitoblaufer bei der Lewe Dosenstand ungefähr zwei Minuten die zwei Minuten der Levy ist tot gemacht hat wenn Levy tut ja der Levy wird tot und noch mal zwei Minuten wenn der Tengel das ist gibt es auch immer ja okay der Schilder ist das Land wir müssen in den Beruern und zumal die Kinder kommt als Mann nein ich halte es nicht nur Prozent Prozent des Maul halten Prozent Prozent Elan lachst du es ist nur wissen es ist dann es soll er doch mit mir ach kommen um und ich bin so lange ausführlich da kann du das ist drin ich habe auch noch also so ist nicht das sind wir glauben dass es fällt ist ein Brotter Prozent er hat mal eine Reihe schnell warum das er lebt ja noch Ich lebe mir aus, völlig richtig. Ich muss nur kurz kurz schauen auf den Desktop. Ach, Tarkan. Was? Jungs, Tarkan, Mann. Ja, du können mal aufzulöften. Gengis könnte auch noch leben, ne? Ja, und juck mich, ne? Ja, rum. Hm, hm. Nein. Verdammt, ich hab nichts mehr gesehen, mein bisschen war nur rot, ey. Das war eine schöne Runde. So sind wir jetzt nicht sechs. Ja, sie sind sechs. Ja, endlich. Tarkan, warum gehst du eigentlich immer? Das ist sein, das Spielverstützer. Ach, nee. Sag mal, er geht nicht. Jungs hat sich wirklich selbst umgebracht. Ja, und was? Ich weiß. Ich hab oft gesehen, dass er tot war. Ja, gut, jung. Endlich zwei, drei. Ich hole Levi ein, yes. Alter, vor allem, Shadow. Es hätte Ewigkeiten gedauert, bis ich verbrannt wäre. Ich hab grad mal vier HP. Ich weiß, aber ich hab dich einfach getötetet, ja, ich hab dich das alle. Ja, wohl, du wirst ja nicht, ob du eine Brandgranate gegangen bist oder ein Feuer. Wenn du eine Brandgranate stimmst, dann unterschnell. Doch, deine Leiche, hätte man seine Leiche angeschaut. Ja, ihr habt sie aber nicht untersucht, weil du dumm seid. Das waren seine Leiche. Ich hoffe, du nicht mit Seng. Die war da, wo deine Leiche auch war. Was? Ja, genau, ich habe dich am Morgen, habe dich am Morgen ins Feuer geschmissen, nach wo Levi war. Ach lol. Ja, ich hab dich am Morgen vertort. Ich dachte schon, dass der... Ja, leider. Ja, vor allem, weil ich noch was... Einer so gezuckt, ob am Schluss zum Marien... Genau. Der arme Levi. Der hat sich nämlich verletzt. Das ist nicht schwierig. Ich denke, das hast du für eine Waffe. Leider ist mein Fuß sehr belastbar, das heißt, du musst... Und eine Waffe. Du darfst bald wieder die Drücken abgeben und das ist... Ja, ich will ganz schön sein, genau. Ja, ja, ja. Warum willst du keinen Shotgun? Weil hier oben ist auch ein Zubuck, aber ich brauch die nicht. So, ich hab dich Shotgun ins Feuer geworfen. Also! Die zogst du mir die da raus. Über Spaß. Komm, ich geh nochmal hier hoch. Oh mein Gott, Profet versteckt. Oh mein Gott, Profet versteckt. Er hat gerade jemand über den AK geschossen. Taka, Taka, Taka lebt noch. Christa, lebst du noch? Ja. Levi, Levi lebt auch noch? Okay, äh, James lebt auch noch? Nein. Ja. Also, James lebt auch noch? Kannst du mir bitte in Ruhe lassen, wie wenn ich das tut bin? Das ist wahrscheinlich Levi. Ah! Also, keine Frage, nur. Achso, du bist die Detective. Ach, schon wieder, ah, das geht. Zweite Detective von dem, wo ich mich noch auf. Ja, vergiss ich vor. Ah, wir sind zwei Trader, hm, hm. Ah, ich hab meine zweite Kollegen, äh, tsch, ja. Oh, Taka! Okay, ich glaube, Taka, das ist, ich hab so ne, leise Vermutung, das war hier irgendwo hinten. Ja, ich seh, ich seh die Leiche, ich seh die Leiche, der ist da hinten. Weggebogen. Hier, hier, mitten auf dem Platz, hinter diesem eigenen Container. Ich kann das nicht beschreiben. Da ist er, da ist er, da ist er. Ich fälle gegen ihn, wa- Ah, nein! Ah, nein! Alter, ich war an der Wand! Ja! Du, ein Liebster noch? Wer hat mit draufgeschossen, wer war das? Äh, Levi tötet Christian. Okay. Ich hab grad gar nicht realisiert, was losging. Hey, bin ich dumm? Liebe, da hinten ist er. Aua! Mann, Alter. Bist du dumm? Oh, ne Wege. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Au! Ah, Junge. Ja, okay. Hilfe. Ah, Hilfe! Boah, Jogi, wie fältst. Oh, 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 oh. Ich hatte 31 HP. Oh, Alter, ich bin heute richtig schlecht im Schießen. Vielleicht ändert sich das, wenn ich heute was esse noch irgendwann. Ey, Gamer, rat mal, wer jetzt 20 Punkte hat und beide Täter gezogen hat... Weil er mich nicht immer zuerst sterbe. Oh, ich hab immer Si-minus vier Punkte. Ach, ich trzyt 67 mal. Ja, ich bin nur noch erster, hui! Nö, ich hatte Sandkopf, minus 10 Wenn ich Defo', nicht bin, befehlig ich die, die Liebe irgendwie irgendjemandem zu töten. oder was wird die meisten Punkte die wir die meisten Punkte ja nur für den Wartnern nein nein ich hab nicht die meisten Schicht der Anzeigefehler jetzt hat die sich unter der aktuellen Sicht nicht die meisten Punkte bei mir habe ich nicht die meisten Punkte 26 und 20 bei mir habe ich 18 ne, ne, mehr ernst äh, mein Fuß ganz sich bald wieder belasten lassen das ist schon ein bisschen ich habe das voll unfair wenn ihr mich zählst du weil ich einen Anzeigefehler das ist voll unfair wobei jedem ist der wohnt bei jedem nein 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 das bestimmt nicht bei jedem selbst wenn das ist ja nicht meine Schuld wenn ich einen Anzeigefehler habe das ist bei euch allen Anzeigefehler bei mir nicht das ist ja auch bestimmt in der Aufnahme das ist ja auch bestimmt in der Aufnahme ich meine 18 ooooh 4